Hallo Herr Blume, Anfang der Woche gab es einen Aufschub in der Union, aber es sieht ja noch nicht wirklich danach aus, als wäre das jetzt eine Einigung. Wäre denn die CSU in der Flüchtlingsfrage bereit dazu, die Kanzlerin zu stürzen, um ihre Interessen zu wahren? Uns geht es um was anderes. Uns geht es darum, dass wir in diesem Land die Asylwende schaffen. Dazu hat Horst Seehofer seinen Masterplan mit insgesamt 63 Einzelpunkten vorgestellt. Da gibt es einen Punkt, um den sehr intensiv in den letzten Tagen gerungen wurde und weiterhin gerungen wird. Das ist das Thema der Zurückweisung an der Grenze. Wir wollen europäische Lösungen als CSU. Wir hoffen auf europäische Lösungen, aber wir sagen auch, wenn eine solche europäische Lösung jetzt nicht erreichbar ist, dann müssen wir geltendes Recht an der deutschen Grenze anwenden und das heißt Personen zurückweisen, die schon woanders in Europa registriert sind. Ich bin dem Innenminister sehr dankbar, dass er darüber hinaus sofort angeordnet hat, dass an der deutschen Grenze zurückgewiesen wird. Wer in diesem Land bereits einmal abgelehnt wurde und eine Wiedereinreisesperre hat. Nun will ja auch die Kanzlerin von ihrem Punkt nicht abweichen. Konsequenz könnte ein Bruch der Union sein. Was würde es denn für die CSU bedeuten, wenn es in Bayern in Zukunft auch die CDU gäbe? Wir arbeiten als CSU auf eine Lösung der Migrationsfrage hin. Und ich würde wirklich darum bitten, dass wir auch bei dieser Sachfrage bleiben, denn am Ende ist es eine Sachfrage, eine wichtige Weichenstellung für unser Land. Ich weise aber daraufhin auch übrigens eine wichtige Frage, wie es mit unserem politischen System, vielleicht sogar mit unserer Demokratie weitergeht. In einer Frage, die für viele Menschen in diesem Land zentral ist, nämlich, dass wir das Asylsystem vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir Migration ordnen und steuern. Da ist es notwendig, sich selbst zu prüfen, was die richtigen, was die notwendigen Maßnahmen sind, sie dann aber auch entschlossen umzusetzen. Um diese Entschlossenheit in der Umsetzung, um die geht es uns. Jetzt ist in Bayern ja auch derzeit Wahlkampf. Hat die CSU auch Ambitionen, Wähler der AfD durch diesen Kurs auf ihre Seite oder von sich zu überzeugen? Und gibt es in der CSU Bedenken, dass die christlichen Stammwähler vielleicht auch durch die strikte Flüchtlingspolitik verängstigt werden könnten? In der Frage der Flüchtlingspolitik wissen wir die große Mehrheit der Bayern hinter uns. Insgesamt in Deutschland über 60 Prozent sind klar für Zurückweisungen an der Grenze. Und wir wissen aus vielen Umfragen, dass 80 Prozent der Menschen sagen, das Migrationsthema ist das Thema Nummer eins. Das wollen wir lösen. Deswegen ist Horst Seehoff als Bundesinnenminister in diese Bundesregierung auch eingetreten. In Bayern sind wir die große Volkspartei. Und es war seit jeher unser Anspruch, allen Menschen hier eine politische Heimat zu geben, die bürgerliche Überzeugungen haben. Egal ob im liberalen Bereich, im christlich-sozialen oder auch im konservativen. Da wollen wir die Reihen des bürgerlichen Lagers wieder schließen, weil ich der Überzeugung bin, dass wir als CSU, dass wir hier für die Breite des bürgerlichen Lagers auch die richtigen politischen Antworten haben. Sie haben gerade erwähnt, für 80 Prozent der Menschen ist das Flüchtlingsthema Thema Nummer eins. Mit welchen anderen Themen will denn die CSU im Wahlkampf noch punkten? Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Freistaat Bayern. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Wir als CSU treten an, diese Erfolgsgeschichte in diesem Freistaat fortzuschreiben. Der Ministerpräsident Markus Söder hat eine große Regierungserklärung vor dem Bayerischen Landtag gegeben und hat sich bereits mit seinem Kabinett drangemacht, die zentralen Punkte umzusetzen. Wir haben ein bayerisches Familiengeld eingeführt. Das bayerische Pflegegeld wird ab 1. Juli, ab 1. September ausgezahlt. Wir sorgen dafür, dass neue Wohnungen in diesem Land entstehen können. Und wir haben auch sichergestellt, dass beim Thema innere Sicherheit in Bayern gehandelt wird. An der Grenze, aber auch durch eine weitere Verstärkung der bayerischen Polizei. Und dazu, wenn man eine Erfolgsgeschichte fortschreiben will, gehört natürlich auch sich zu überlegen, wie schauen die Arbeitsplätze von morgen aus. Deswegen eine große Initiative im Bereich der Digitalisierung zur Stärkung der Universitäten. Auch das Klinikum Augsburg ist ja hier gerade in eine neue Phase überführt worden. Insgesamt ein großer Zukunftsaufbruch für diesen Freistaat Bayern. Denn nur wer sich bereit ist zu verändern, auch Neues anzugehen, kann auch den Erfolg halten, den er in der Vergangenheit hatte. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.